Hallo, mein Name ist Christine. Ich bin Ausbilderin und Referentin in dem Bodega-Team und ich möchte euch heute etwas über Bodega Moves erzählen. Bodega Moves ist ein wunderschönes, kraftvolles Ganzkörper-Workout, was mit Yoga-Elementen verbunden wird. Auf der einen Seite hast du das richtig schöne Bodyshaping, auf der anderen Seite ein wunderschönes Yoga, entspannendes und auch tiefes fasziales Training. Und insofern ist das ein wunderbarer Mix, deinen Körper zu formen, in Form zu bringen, falls du möchtest. Und wir uns persönlich treffen und kennenlernen dürfen. Und insofern ist das ein wunderbarer Mix, deinen Körper zu machen. Und insofern ist das ein wunderbarer Mix.